Wir beide kennen uns schon viele Jahre, aber heute kommst du zum ersten Mal zu mir im Rat oder um Hilfe. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann du mich das letzte Mal in dein Haus zu einer Tasse Kaffee eingeladen hast. Aber lass uns ganz offen sein, du hast nie Wert gelegt auf meine Freundschaft. Und du hast dich gefürchtet, in meiner Schule zu sein. Ich bitte Sie um Gerechtigkeit. Das ist keine Gerechtigkeit, deine Tochter lebt. Dann lassen Sie diese Schweine füllen. Bis zum nächsten Mal. Du sagst nicht einmal Pate zu mir. Nein, stattdessen kommst du am Hochzeitstag meiner Tochter in mein Haus und bittest mich, einen Mord zu begeben. Für Geld. Jetzt kommst du zu dir und sagst. Don Corleone, verschaff mir Gerechtigkeit. Aber du zeigst mir kein Respekt. Respekt, 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 Respekt. Rollen Sie mein Franzi, mein Party. Not von dir, bis zum ersten Mal. Schreibst du mir im Registrofon,? Untertitelung des ZDF, 2020 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 «ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 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 2020